Der Titusbogen ist ein eintoriger Triumphbogen auf dem Forum Romanum in Rom. Er ist der älteste erhaltene Triumphbogen der antiken Stadt. Er wurde Ende des ersten Jahrhunderts zu Ehren des Kaisers Titus für dessen Sieg über die Aufständischen in Judäa und die Eroberung Jerusalems im Jahre 70 nach Christus. Gestiftet Geschichte Der Bogen steht am höchsten Punkt der Straße, die vom Forum Romanum zum Kolosseum führt. In der antiken Literatur wird der Titusbogen an keiner Stelle erwähnt. Die nur an der Ostseite erhaltene Widmungsinschrift macht jedoch eine eindeutige Zuordnung möglich. Sie lautet S-E-N-A-T-U-S-P-O-P-U-L-U-S-G-U-E-R-O-M-A-N-U-S-D-I-V-O-T-I-T-O-D-I-V-I-V-E-S-P-A-S-I-A-N-I-F-V-E-S-P-A-S-I-A-N-O-A-G-U-S-T-O-D-E-S-A-N-U-S-T-O-D-E-S-A-N-U-S-T-O-D-E-S-A-N-U-S-T-O-D-E-S-A-N-U-S-T-O-D-E-S-A-N-U-S-T-O-D-E- der Herrschaft seines jüngeren Bruders Domitian, der Taitus-Bogen im Mittelalter. Etwa um das Jahr 1000 wurde der Taitus-Bogen zu einem der Eingangstor der Festung der Adelsfamilie Frangipani. Diese Festung umschloss den Tempel der Venus und der Roma, Teile des Palatins, den Konstantins-Bogen sowie später auch das Golosseum. 500 Jahre später war die Festung der Frangipani verschwunden. Der mit einem Turm überbaute Taitus-Bogen lehnte sich jetzt an das Klostergebäude von Santa Maria Nuova an. Erst der Architekt und Archäologe Giuseppe Valadier entfernte 1822 die mittelalterlichen Bauteile und rekonstruierte das antike Erscheinungsbild. Der Taitus-Bogen diente dem Pariser Arc de Triomphe als Vorbild. Der von Napoleon Bonaparte zur Verherrlichung seiner Eroberungskriege in Auftrag gegeben wurde, der Taitus-Bogen in der Neuzeit. Im Zweiten Weltkrieg deckten die Briten eine Verschwörung jüdischer Offiziere auf, die die Sprengung des Triumph-Bogens bei der Eroberung Roms planten. In der Nacht des 14. Mai 1948, als der Staat Israel ausgerufen wurde, versammelte sich die jüdische Gemeinde Roms mit dem italienischen Oberrabiner unter dem Taitus-Bogen, um an diesem Platz zu feiern. Bau und Gestaltung Der Bogen ist 14,50 Meter hoch, 13,50 Meter breit und 4,75 Meter tief. Es handelt sich um eine einfache Konstruktion mit nur einem Gewölbe, die auf jeder Seite durch vier Halbsäulen unterteilt ist. Erbaut wurde er aus pentelischem Marmor. Den Schlussstein des Gewölbes schmücken die Göttin Roma sowie der Genius des römischen Volkes. In der Mitte des Gewölbes ist in einer Kassette die Apotheose des Titus dargestellt, der von einem Adler zum Himmel getragen wird. Ein kleiner Fries auf dem Architraf ist nur an der Mitte der Ostseite erhalten. Er zeigt den Sieg Vespasians und Taitus über die Judäer im Jahr 70. Innerhalb des Gewölbes befinden sich zwei große Bildtafeln. Die zwei Episoden vom Triumph über die Judäer darstellen. Das südliche Bild zeigt den Beginn der Triumphzeremonie mit der Prozession durch das Siegestor. Wobei Diener die Beutestücke aus dem Jerusalemer Tempel tragen, es handelt sich hierbei um die Menorah, die Silbertrompeten und den Schaubrotisch. Die nördliche Darstellung zeigt den Höhepunkt des Triumphes. Kaiser Titus bewegt sich begrenzt von der Siegesgöttin Viktoria auf einer Quadriga vorwärts. Die kriegerisch gekleidete Virtus, das tapfere Verhalten im Krieg, führt die Pferde an. Honos, die Verkörperung der irrenvollen Bürgertugend, sowie zwölf Lektoren begleiten den Zug. Diese Reliefs stammen nicht aus der Bauzeit des Bogens, sie wurden erst 100 Jahre später, um 190 n. Chr. hier angebracht. Aus einer Nachricht Cassiodors lässt sich entnehmen, dass der Bogen in der Antike das überlebensgroße Standbild des Kaisers Titus, vermutlich als Lenker eines Elefantengespanntes, trug. Cassiodor teilt mit. Der guten König Theodor hat habe in den Jahren 535 und 536 die Restaurierung bronzener Elefanten an der Via Sacre in Auftrag gegeben. Der guten König Theodor hat er sich in den Jahren in der Via Sacre in Auftrag gegeben.